In Köln-Mülheim kontrollieren Florian Winter und Stefan Sindera heute die Wege unter den Fußgängerbrücken. Hier finden nicht nur Obdachlose Zuflucht. Drogenhandel und Hehlerei gehören zur Tagesordnung. Unauffällige Spuren erweisen sich hier oft als entscheidende Hinweise auf Straftaten. Hier qualmt's. Ein Geruch, ne? Verkokelt, ne? Ja. Hey, bei der Wärme sowas zu machen. Eine Jacke drübergelegt. Na super. Und dann darf was da drin in der Jacke. Warte, ich mach das hier. Ist runtergefallen, ne? Ja, ja, die Asche. Aber nix drin in der Jacke. Ist wahrscheinlich hier von einem Obdachlosen hier sein Wägelchen, ne? Sein Bett hab ich auch gefunden. Oder das Bett vom Hund. Weiß ich nicht. Ein paar Pfandflaschen. Ja, wir haben jetzt hier eine verbrannte Jacke gefunden. Vermutlich von einem Obdachlosen. Ich hab jetzt mal eben kurz reingeguckt, ob da unter Umständen Personalien drin sind. Nix gefunden. Deswegen schauen wir mal, vielleicht wird der Obdachlose hier in der Nähe sein. Aber das wird da hinten zu passen. Guck mal, da hinten liegen noch ganz viele andere Sachen. Wenn der die Sachen eventuell vermisst, vielleicht... Sollen wir mal mit rüber nehmen? Unter der Brücke befindet sich ein Lager mehrerer Obdachloser. Dort treffen die Beamten auf eine junge Frau, die vom Anblick der angebrannten Jacke sichtlich schockiert ist. Wer sind Sie jetzt genau? Ich bin Romina Schrader. Okay. Ich bin Streetworkerin. Und ich mach mir grad echt Sorgen. Die Jacke ist von meinem Bruder. Ja. Die hat gebrannt und mein Bruder sollte hier sein. Der Wagen stand da vorne und wie gesagt, die Jacke hatte ein bisschen gekokelt. Ach du Scheiße. Jetzt ist halt die Frage, Sie wollten jetzt hier einen Obdachlosen betreuen und Ihren Bruder hier treffen. Genau. Ist der Bruder auch Obdachlos? Nee, der betreut mit, der hilft mir immer ab und zu. Und der Ralf ist ein guter Freund von uns und ich mach mir grad echt Sorgen, weil mein Bruder ist immer pünktlich. Und der ist nicht da, ich hab da oben schon alles abgesucht und der Ralf ist auch wirklich echt superlieber. Der passt auch immer auf, dass das alles ordentlich ist. Er hat irgendjemand verwüstet. Ich mein, wer macht denn sowas? Ich wollt grad sagen, also so sieht ja normalerweise kein Lager von den Obdachlosen aus. Das ist ja eigentlich ordentlich. Ich mein, mit wirklich Sorgen. Wer zündet denn auch die Jacke meines Bruders an? Plötzlich taucht der Obdachlose auf, den die Streetworkerin seit einigen Monaten betreut. Vom Bruder der jungen Frau fehlt allerdings nach wie vor jede Spur. Ist doch da hinten Ihr Einkaufswagen gewesen? Mein Einkaufswagen? Ja, der hat gebrannt. Ja, der hat gebrannt. Der hat gebrannt. Was ist denn da drin? Ich weiß. Da war ne Jacke von jemand anders drin. Ne, da hat auch gebrannt. Wieso denn? Die Jacke von Mario hat auch gebrannt. Dem muss irgendwas passieren. Ich bin ja froh, dass du da bist. Der ist hierher gekommen auch. Hast du den gar nicht gesehen? Ne, ich hab mal eine Runde gedreht und ganz vergessen, dass ihr heute kommt. Wann war denn der Mario das letzte Mal hier? Der kommt ab und zu mal, weil wir sind ein bisschen befreundet und hier die Romina. Wollen Sie mal gucken in den Einkaufswagen? Wollen Sie mal gucken in den Einkaufswagen? Wie gesagt, da ist ne Jacke drin. Wann war denn der Mario, wann war der denn das letzte Mal hier? Ja, das war letzte Woche. Wir kommen eigentlich immer so einmal die Woche, aber... Wir schauen ab und zu mal vorbei. Sie kommt einmal die Woche her und der Mario ab und zu mal. Das Merkwürdige ist, dass wir halt seine Jacke hier gerade angekokelt in dem Einkaufswagen gefunden haben. Wir fragen uns, wie die Jacke herkommt. Hat er Ihnen die da gelassen vielleicht letzte Mal? Ne, keinesfalls. Das wird er niemals machen. Also der wird mir nicht die Jacke hier lassen. Ich hab hier genug Zeug. Bei dem Wetter auch zu warm, ne? Viel zu warm, ja. Während die Beamten mit dem Obdachlosen und der Streetworkerin überlegen, wo der vermisste Bruder stecken könnte, ertönt von der Rheinbrücke plötzlich eine laute Auseinandersetzung. Da oben steht einer auf der Brücke. Oh Scheiße! Pass auf, willst du hierbleiben? Mario, halt die Fisch! Das ist mein Bruder! Der kann nicht schwören, bitte. Die müssen was machen! Mario! Halt dich fest! Mario! Rannbleiben! Wer ist das? Lass dir bitte Scheiße! Hey, stopp! Polizei! Hey, lass den Mann in Ruhe! Nein! Oh mein Gott! Mario! Oh Gott! Hey, stopp! Ganz ruhig, ganz! Ganz ruhig, mein Freund! Ganz ruhig, he? Lass mich los! Ganz ruhig! Ey, Flo! Ich hab die eine! Alles klar! Guck mal, ob die Wasserrettung in der Nähe ist! Die haben die runtergeschobst! Ich sag Bescheid! Ich guck mal, ob hier ein Boot ist! So, ey! Gib's dir jetzt mal Ruhe! Hallo, Fräulein! Hier ist die Polizei! Beruhig dich mal, Mensch! Was habt ihr da gemacht? Ich hab da nichts zu tun! Ihr seid wahnsinnig, oder? Kommt schon ein Rettungsboot! Hilfe! Bleib ruhig, bitte! Dann kann ich schwimmen! Bitte helfen! Selbst für erfahrene Schwimmer kann der Rhein aufgrund starker Strudel und Strömungen schnell zur tödlichen Falle werden. Der Bruder der Streetworkerin hatte unfassbares Glück. Er hat nicht nur den Sturz von der Brücke überlebt, auch ein Boot der Wasserrettung patrouillierte gerade auf diesem Flussabschnitt. Sie hab ich ja jetzt! Ja! Da waren noch zwei andere Mädels! Das eine hatte ein Messer! Die sind aber, die sind aber weg, ne? Die sind flüchtig! Okay! Ich versuch noch mal einen zweiten Streifmagen hier zu kontaktieren, dass die die irgendwie abfangen! Alles klar! Ja! Ich weiß schon, dass da Konsequenzen gibt, ne? Ganz alles! Ich hab's immer nichts zu tun! Das überlassen die bitte uns, der Polizei, ja? Jetzt geht's ja wohl erstmal um ihren Bruder! Ja, natürlich! Hier war es jetzt so, dass ein Rettungsboot der Wasserrettung vor Ort war. Dementsprechend waren die Wege sehr, sehr kurz. Ich glaube, die haben's gesehen und sind direkt da hingekommen. Sie haben gesagt, ihr Bruder, der kann gar nicht schwimmen? Nein! Der kann nicht schwimmen! Das war echt mega gefährlich! Ich wusste das doch nicht! Bitte? Ich wusste das doch nicht! Und ich hab damit wirklich nichts zu tun! Das waren die anderen! Du hast schon oft scheiße, aber die wissen das selber! Kennen Sie sich? Ja! Ich betreue sie mit und die anderen beiden, die hab ich meine ich auch erkannt! Ach, die kennen Sie auch? Das heißt, Sie können uns die Personalien direkt geben? Ja, nicht alles, aber schon! Also, die Lena hab ich gesehen, ne? Lena war dabei, oder? Kann das sein? Ja! Was haben die Mädels denn mit ihrem Bruder zu tun? Ja, mit meinem Bruder eigentlich nichts! Deshalb würde ich gerne mal wissen, was hier los ist! Ich betreue sie halt mit als Suiteworkerin, ne? Die haben halt schon öfter mal Mist gebaut und ich meine, ihr habt auch schon mal Sozialstunden abgeleistet, ne? Ja! Ja! Und was sollt ihr jetzt dieser Aktion da? Würde ich eigentlich auch mal gerne wissen! Ich weiß nicht! Wie gesagt, ich hab damit wirklich nichts zu tun! Du hast damit nichts zu tun! Nein! Du hast damit nichts zu tun! Ihr standet da oben, ich mach euch ne Ansage und dann habt ihr den runtergeschubst! Was heißt denn, du hast damit nichts zu tun? Ja! Bitte? Hab ich wirklich nicht! Wie alt bist du? 19! Da sollte man eigentlich wissen, was man tut, ne? Warum die Jugendlichen den jungen Mann von der Brücke gestoßen haben, ist Florian Winter und Stefan Sindera ein Reize! Fest steht, dieser Sturz hätte tödlich enden können! Versuch ganz ruhig zu atmen! Ganz tief einatmen! Wie sieht's aus jetzt? Also RTW kommt hier hin, hab ich jetzt soweit mit? RTW ist auf dem Weg hierher! Die beiden Mädels, die flüchtig sind, wie gesagt, ich wollte einen zweiten Streit machen, krieg ich nichts! Sollen wir in die Nahbereichsfahndung gehen? Pass auf, ja! Wir können da gleich mal auf der anderen Seite gucken, weil die sind in der Richtung! Was ganz gut ist, hier die Dame hier, die Betreuerin, die kennt die namentlich, ne? Weil die gehören hier irgendwie alle in eine Einrichtung! Sie ist Anne Meier, diese junge Dame, und ist 19 Jahre alt! Häng mal wieder um! Versuch dich mal zu erinnern! Gut, da ist auf jeden Fall, er ist schon mal versorgt! Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir die Mädels noch irgendwie hier im Nahbereich finden! Hat das denn irgendeinen Grund gehabt, dass ihr den hier, weiß ich nicht, so drangsaliert habt? Ich meine, der geht ja nicht alleine da oben auf der Brücke und will runterspringen! Der stand hinter dem Geländer und ihr habt den runtergeschubst! Warum? Geld? Hey, sprech mal mit uns, da ist in Richtung versuchtes Tötungsdelikt, ist dir das klar? Ja, keine Ahnung, es ist halt einfach alles so passiert! Und die anderen haben den geschubst, nicht ich! Ich hab da wirklich nichts zu tun! Ich denke mal, aufgrund der Tatsache, dass E in Richtung Tötungsdelikt geht, müssen wir EK ins Boot holen! Hast du da schon Bescheid gesagt? Das hab ich auch schon weitergegeben! Weil dann sollen die direkt hier abgeholt werden und dann müssen sie direkt rüber zur Carver rin! Ja! Ich würd, wenns geht, ganz gerne mitgehen, weil ich kenn ja, wie gesagt, die beiden! Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da nicht wirklich viel erzählt ist, eher so ein bisschen... So der Mittelläufertyp oder dat? Vielleicht sind die anderen da, wo wir unsere Skateboards haben! Wo ist das denn? Das ist auf der anderen Uferseite! Ich hab eben nur gesehen, wie die die Treppe runtergerannt sind und dann da rüber! Aber ich weiß nicht genau, wo! Sollen wir mal schauen? Komm, dann kannst du den Schaden begrenzen und zeigst uns mal, wo dat ist! Während der Obdachlose beim Bruder bleibt, machen sich die Beamten auf die Suche nach den anderen Jugendlichen! Diese sind laut der Streetworkerin bereits polizeilich in Erscheinung getreten! Doch jetzt geht es um ein schweres Verbrechen! Versuchte Tötung! Hier hinter der Brücke, der Baum? Ja! Der große? Okay! Dann tun Sie mir jetzt bitte mal einen Gefallen! Sie bleiben jetzt mal bitte bei ihr! Auf jeden Fall! Ja, du machst jetzt keinen Kack mehr, okay? Noch nichts zu sehen! Hey! Stehen bleiben! Das hat keinen Zweck, Mädels! Hey! Halt! Ich hab's! Lass mich los! Lass mich los! Hast du? Ja, ja! Alles gut? Lass mich los, Marc! Komm! Das machen wir ganz los! Was soll das? Hey! Wo ist das Problem? Wisst ihr, was ihr gerade gemacht habt? Ja! Die haben gar nichts gemacht! Was hat das Messer noch bei dir? Hallo? Nein, ich hab kein Messer! Welches Messer? Ja! Und klar ist allerdings immer noch, was die Mädchengang dazu getrieben hat, den Bruder der Streetworkerin von der Brücke zu stoßen! So! Wir sind unschuldig! Pass auf! Das Messer kommt noch aus der Hose raus! Okay! Warte, warte, warte! Siehst du? Ja, ich hab's! Okay! Siehste, das hab ich die ganze Zeit gesehen! Du sollst das woanders hin tun! Irgendwie klebst das mit dir nicht so richtig! Gib dir gleich die Handfessel! Das kannst du jetzt aussuchen! Handfesseln oder gibst du gut? Ist gut! Dann dreh dich jetzt rum! Da, ich putze! Rucksack ab! Hier! Hervorragend! So! Und ich weiß ja nicht, vielleicht redest du ja mehr als eine deiner Freundin! Du musst nichts sagen! Du bist beschuldigt in deinem Strafverfahren! Belehr ich dich auch dementsprechend! Du musst nichts zur Sache sagen, wo du dich selber mitbelastest! Du fährst gleich mit uns zur Wache! Ja! Da werden dann Kollegen dich nochmal besprechen! Muss immer nur nichts sagen! Wir leben im freien Land! Kannst sogar einen Anwalt rufen! Ja! Wobei mich persönlich das echt interessieren würde, warum ihr da einen jungen Mann da runterschubst! Ja, gar nicht! Hör mal, ich stand vier, fünf Meter daneben! Was sagst du? Ich bin blind! Hast du Beweise? Ich hab meine zwei Augen, das reicht! Oder? Sei mal nicht so frech! Ganz ehrlich! Ja, was denn? Wir so beschuldigen die uns! Sei mal ruhig jetzt bitte! Das ist ernsthaft! Ich meine, dass das das Handy von meinem Bruder ist! Hier, ich geb dir die mal! Ich sichere sie hier weiter! Ja! Ich halt das Messer, dann kann ich da mit ihr! Wie ist das das Handy von Ihrem Bruder? Okay! Okay! Das halte! Das heißt, es ging darum, hier Handys zu zocken oder was? Nee! Worum ging es denn? Langeweile! Langeweile? Ach du schon, meine Herzen! Darf ich das mal bitte ganz kurz? Ich glaube, das ist für die weitere Sache wichtig! Habt ihr hier das Lager, das Camp verwüstet hier von dem Obdachlosen? Daher kommt auch dann der brennende Einkaufswagen, ne? Wie kommt man auf so Ideen, frage ich mich? Eigentlich! Wie alt bist du? 20! Und dann hast du noch so Sachen im Kopf? Ähm, hier sind Fotos drauf, wo das Camp hier, das Obdachlosen... Ja, ich hab's gehört! Hör mal, lass uns mal rüber gehen! Das hat nicht so einen Zweck! Was willst du sagen? Ja! Ihr wart das! Ihr wart das! Ihr wart das! Mit dem Camp nebenan! Das war aber denen ihre Idee! Ja und dann? Die wollten den Obdachlosen einfach nur ein bisschen ärgern und haben dann den Einkaufswagen angezündet mit seinen ganzen Sachen. Ja. Und dann kam Mario halt und hat seine Jacke auf das Feuer geworfen, um das zu löschen. Weil er die auch schon wollte? Ja. Okay, und dann? Dann hat Lena ihn mit einem Messer bedroht und ihn bis nach oben gejagt zur Brücke. Und dann wusste er nicht weiter und hat sich halt über das Geländer gestellt. Okay. Dann haben sie ihn einfach geschubst. Habt ihr so eine Art Treibjagd veranstaltet? Ja. Ja, ich würde sagen, die können sich dann nachher weiter auf der Wache dazu äußern. Als ich den Polizeidienst angefangen habe, da gab es so diesen Werbeslogan, kein Tag ist wieder andere. Und tatsächlich muss ich sagen, es ist wirklich so. Heute habe ich wieder was erlebt, wo drei junge Mädchen hier jemanden nötigen und da noch runterschubsen von einer Brücke. Also da steht man, wenn man eine gewisse Distanz hat, einfach hilflos noch da. Und man weiß gar nicht, was in den Köpfen dieser Mädchen vor sich geht. Weil, also so eine Skrupellosigkeit dann in so einem Alter, da muss man dreimal schlucken. Wir gehen jetzt mal rüber Richtung Brücke. Die Kollegen kommen ja auf die andere Seite. Sie ist ja am wenigsten renitent. Ja, das ist zum Glück, ja. Ja, okay. Sagst du Bescheid, dass wir rüberkommen? Ja. Hey, bleib mal stehen. Arnold für den 1535. Die drei Teenager müssen sich wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahls vor Gericht verantworten. Die beiden Haupttäterinnen erwartet ein Jugendarrest. beeswust Bienung hier realised. Wir straya das Ölbeitalяться. Und jetzt sozusagen auch.